Hi und herzlich willkommen zu einer neuen World Review! Auch heute besuchen wir wieder eine ganz besondere Welt für die Sims 3, und zwar Los Anjegos vom Ersteller Coasterboy. Die Welt findet ihr im Sims-Katalog zum Download und dort könnt ihr auch nochmal alle weiteren Informationen zu dieser Welt nachlesen. Ihr benötigt für Los Anjegos keine Stuff-Packs, allerdings wurden einige Erweiterungspacks verwendet und welche das genau sind, schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox, wo ihr natürlich wie immer auch den Link zum Download findet. Außerdem hat der Ersteller angegeben, dass er in dieser Welt auch Objekte aus der Store-Welt Lucky Palms verwendet hat. Sagt übrigens gerne Bescheid, wenn ihr mal Videos von mir zu den diversen Welten aus dem Sims 3 Store sehen würdet. Da hätte ich nämlich mega Lust drauf, weil ich die selber noch nicht alle ausprobiert habe. Auf der Seite steht außerdem, dass er ein CC-Riesenrad verwendet hat, das allerdings optional ist und auch nicht im Download enthalten. Ich wollte mir das runterladen und habe dann festgestellt, dass der Download-Link leider nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich allerdings ein bisschen gegoogelt und konnte das Riesenrad bzw. das Set, zu dem es gehört, auf der Seite Sims 3 Planet finden. Also falls ihr euch das runterladen wollt, setze ich euch den Link dazu ebenfalls in die Beschreibung. Zu guter Letzt noch ein Fakt, der diese Welt für viele von euch besonders interessant machen dürfte. Los Anjegos ist bereits besiedelt, das heißt ihr müsst nicht erst mühevoll eigene Haushalte platzieren, sondern ihr könnt direkt mit eurer Familie starten und müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr keine Nachbarn habt. So, das waren jetzt erstmal ein paar Eckdaten rund um Los Anjegos und ich würde sagen, wie üblich starten wir erstmal mit einem kleinen Überblick über diese Welt. Ich hatte die schon mal installiert vor Jahren, aber leider lebe sie auf meinem Laptop nicht besonders gut, weil sie einfach wirklich sehr, sehr groß ist und sehr voll. Deswegen ist sie dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ich freue mich total, die heute nochmal so ein bisschen zu erforschen und mich umzuschauen. Und was ich hier jetzt schon sehe, ist schon sehr, sehr cool. Also wir haben hier quasi einen Großstadtkern. Bin ich schon gespannt, ob es hier auch einige Apartments gibt, aber ich nehme an, dass hier dieser ganze Komplex voller Apartments sein wird. Dann haben wir hier auch einen Strand mit einer Promenade, das sieht sehr cool aus. Ich frage mich, ob hier dann dieses Riesenrad steht. Ich sehe da jetzt gerade noch nichts. Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Installiert müsste es auf jeden Fall sein. Okay, so, dann haben wir hier noch so eine Hafenanlage. Und hier kommen wir dann in die Wohnbereiche. Oh, und da ist sogar so eine coole Schrift, so wie die Hollywood-Schrift. Das ist ja cool. Und was ist das für ein Gebäude hier oben? Das muss ich mir später genauer anschauen. Okay, dann haben wir hier ein paar große Häuser, sage ich mal. Also ich glaube, das wäre auch so eine perfekte Welt, wenn ihr irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Fünf-Sterne-Star-Schauspieler haben wollt oder so. Okay, hier sind ein paar kleinere Häuser. Was ist das hier? Ist das das Sportstadium? Ist das, ich weiß nicht, ist das ein Baseballfeld oder so? Ich habe keine Ahnung, wie sowas aussieht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich glaube, könnte Baseball sein, oder? Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus. Okay, hier, oh, hier geht es so, oh mein Gott, da geht es ja noch weiter. Also, die Seite haben wir jetzt erstmal abgehackt, glaube ich. Dann haben wir hier so eine kleine Trailer-Siedlung. Das ist ja mega, oder? Ist das eine Trailer-Siedlung? Oder sind das einfach, ich weiß nicht. Müssen wir uns später auf jeden Fall auch mal anschauen, diese kleinen Hütten hier. Okay, dann, ah, hier kommen wir wieder zurück in die Stadt. Alles klar. Ich habe noch nicht so ganz den Überblick hier. Oh, ist das ein, das könnte ein Golfplatz sein, oder? So ein riesiger. Sieht ein bisschen so aus. Hatten wir das nicht auch in einer der letzten Welten? Ich meine in... Boah, nee, ich weiß nicht mehr, welche Welt es war. Hier auch wieder ein paar Häuser, die aussehen, als wären sie gekopiert und pastet. Ganz im Ideal im Leben auch. Okay, und dann hier ist das Krankenhaus. Ach, hier waren wir auch schon genauso. Da sind noch zwei Häuser. Okay, und hier noch eine weitere Wohnsiedlung. Beziehungsweise hier sind auch ein paar Gemeinschaftsgrundstücke, glaube ich. Okay, haben wir jetzt schon alles gesehen? Ich bin noch ein bisschen orientierungslos hier. Aber ich glaube... Oh, nee, Moment mal. Hier waren wir noch nicht. Das ist ja cool. Also hier ist so eine Farming Area, so ein bisschen ländlicher. Das ist ja cool. Das ist ja sehr, sehr cool gemacht. Okay, und hier haben wir dann einen Trailerpark. Alles klar. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. Ich bin ja sehr gespannt. Ich bin ja sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist eine riesige Welt. Und sie sieht super cool aus. Und jetzt gucken wir mal. Die ist ja schon besiedelt. Das heißt, wir müssen hier aus Haushalten wählen können. Oh ja, oh ja, krass. Hier wohnen richtig viele Leute. Haben wir dann hier Murphy, Hairston, Goldman. Venice, Davis, Torres, Running Wave. Die haben einen sehr großen Saus. Lala. Okay. Lady Lala is difficult to explain. Oh mein Gott, Lady Lala. Okay, alles klar. Oh, wow. Vespucci. Was machen wir? Was nehmen wir denn? Wer? Wir haben so viel Auswahl. Das ist voll krass. Suzuki. Komm, wir nehmen mal Familie Suzuki. Ah ja, okay. The Suzuki has moved to Red County from Japan a few years back due to a job transfer for Hushu. Okay. Aber wir sind ja gar nicht in Red County. Aber Red County muss ich mir auch nochmal anschauen, weil das ist von derselben Welt. Äh, vom selben Ersteller eine Welt. Also da können wir demnächst auch mal einen Blick reinwerfen. So, da sind wir. Und ich glaube, man kann feststellen, Familie Suzuki hat ein extrem schönes Haus. Ein echt schönes Haus. Oh, da kriege ich richtig Lust auf Urlaub einfach. Sogar mit eigenem Pool und Whirlpool. Und das ist echt cool so ineinander verbaut. Das sieht mega cool aus. Der Garten ist auch super schön gestaltet. Wow. Hier würde ich sofort einziehen. Ich schwöre es euch. Okay, was haben wir denn jetzt hier für eine Familie? Wir haben Hushu, Cho und Tori. Tori. Wie auch immer. Okay. Und warum könnt ihr euch dieses wunderschöne Haus leisten? Er ist Feuerwehrmann. Okay. Ja, du, er ist Feuerwehrmann. Aber auf Level 3? Ich weiß ja nicht. Cho ist arbeitslos. Und Tori, äh, Tori, ich weiß nicht, wie ich denn diesen Namen aussprechen soll. Ist auch Feuerwehrfrau, aber auch nicht auf so einem Wohnlevel. Was haben die denn? Wie sieht denn da der Steinbaum aus? Ah, okay. Das ist die Tochter. Und das, Hushu und Cho sind die Eltern. Okay. Also wenn ich mir sie jetzt so anschaue, wäre ich nicht drauf gekommen, dass sie Feuerwehrfrau ist. Aber no judgment. Hier keine Vorurteile. So, wir gucken mal ins Haus. Zwei schicke Autos in der Doppelgarage. Sehr schön. Ein großes Wohnzimmer. Heißzimmer, Küche. Aber alles ein bisschen finster hier drin, finde ich. Oh, zwei Wohnzimmer mit Flügel. Holy moly, nicht schlecht. Vielleicht sollte ich auch Feuerwehrfrau werden. Okay, und hier oben haben wir zwei große, extrem große Schlafzimmer. Wow. Also dieses Schlafzimmer ist echt der absolute Hammer. Quasi ein eigener Eingangsbereich einfach. Nicht schlecht. Dann ein Badezimmer, ein Hobbyraum, ein Arbeitszimmer und noch ein Schlafzimmer. Alles klar. Sehr, sehr cool. Oh, ist das schön. Wunderschön. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg in die Stadt. Was haben wir denn hier so? Was ist eigentlich das für ein nices Grundstück hier? Hier gibt es ein Feenstrahl-Arboritum, Buchladen, Wellnesscenter, Supermarkt und Imbiss. Und das sieht aus wie ein Freizeitpark. Ich kann mich nicht an dieses Grundstück erinnern. Das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott, was ist das? Das ist ja mega cool. Also hier sind zwei Eingänge. Ist das Disneyland? Wie cool. Wie cool ist das? Hier hinten haben wir so ein kleines Märchenschloss. Sehr, sehr nice. Das ist ja cool. Ihr könnt jetzt also quasi Mini-Disneyland besuchen. Da hinten ist so eine große Hütte. Oh, ist das cool. Okay, ich glaube, wir müssen mal hier ganz kurz uns umschauen. Oh, das war zu weit. Ah, okay, es ist schwierig tatsächlich hier reinzuschauen. Also wenn man hier reingeht, hat man erstmal hier so ein kleines Café und einen Supermarkt. Und auf der Seite Wellnesscenter und Buchhandlung, genau. Mega cool. Okay, dann geht man hier weiter. Da kommt man dann zum Märchenschloss. Ach, und da ist das Feenstrahl-Arboritum drin. Das ist ja eine super Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Da hat es hier so versteckt hinter diesem Schloss. Okay. Sehr nice. Okay, ansonsten. Dann haben wir hier drüben ist so Sci-Fi. Oh, ein cooler Brunnen. So eine Sci-Fi-themed Anlage. In der Mangelung eines besseren Wörtes. Ah ja, und hier ist auch dieses Ding, wo man reinschalten kann. Wie auch immer das heißt. Wow, sieht voll spacey aus. Okay. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. Okay, haben wir noch was anderes. Wir haben jetzt Märchen, Sci-Fi und da drüben ist Grusel. Grusel-themed. Oh, und was ist das? Ist das ein Wasserfall? Das sieht voll cool aus, dieses Gebild hier. Aber jetzt werden natürlich erstmal die ganzen Sachen hier generiert. Das habe ich natürlich wieder mal nicht eingeplant. Aber ich glaube, es ist kein Wasserfall. Es sieht einfach nur richtig cool aus. Mega. Was für eine geniale Idee, einfach hier so ein Theme Park zu bauen. Finde ich super geil. Ah, und hier ist noch so... Oh mein Gott, das hätte ich fast übersehen. Ist so Ägypten- oder Dschungel-mäßig? Das ist ja cool. Und was ist das? Ach, das ist das Mausoleum. Da kann man die Katakomben erforschen. Oh mein Gott. Wie genial ist das hier? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr, sehr nice. Und da hat dieses Grundstück einen Namen. Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht sehen, weil hier nur die Rabbit Holes angezeigt werden. Und was ist eigentlich das daneben für ein abgefahrenes Gebäude? Ist das ein Wohnhaus? Ach, das ist ein Kondo. 22.000, gar nicht so teuer. Boah, aber hier lässt sich leben, würde ich mal sagen. Also da würde ich auch einziehen. Nicht schlecht. Okay. Was haben wir denn in diesem Bereich noch so? Bei Boah Shopping Center. Da haben wir eine Kneipe, Slaggers Sports Bar. Eine Bibliothek, eine Disco, ein Hundepark. Ein Beach Fitness Center. Was ist denn ein Beach Fitness Center? Oh, sowas kannst du hier auch nicht machen. In good old Germany. Das ist einfach das Wetter zu scheiße. Oh Mann. Aber sieht saukool aus. Sieht richtig, richtig cool aus. Mega. Aber ein total fremdes Konzept als Deutscher. Okay, hier haben wir... Ach, der Hundepark ist gleichzeitig ein Spielplatz. Das ist ja schön. Das finde ich super süß. Gefällt mir sehr. Da haben wir noch so eine kleine Wohnsiedlung mit eher billigen Häusern, glaube ich. Ah, hier wohnen auch Familie Lambert, Familie Ancelotti. Das hier kann man kaufen. Oh, für 40.000, gar nicht so günstig. Und hier für 81.000. Ja, not bad. Not bad. Und hier oben? Bumgarner Haushalt. Oh, ich glaube, das ist auch ein ziemlich cooles Haus. Ich habe heute die detaillierten Grundstücke nur auf eins gestellt, weil ich Angst hatte, dass es vielleicht sonst sehr ruckelt, aber bisher geht's. Oh, ist auch sehr, sehr schön. Wen haben wir hier? Hillary, Phil, Lauren und Sean Bumgarner. Ah, und hier Jane. Das wäre ein schöner Nachnamen. Oh, was ist das denn? Oh, hier wohnt eine reiche Familie. Familie Piddy. Oh, sehr extravagant. Oh, aber sehr geil gebaut. Wahnsinn, hier kann man sogar in der Treppe zu den, dann die Klippen runtergehen und zum Strand. Zum Privatstrand. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, hier haben wir einen Pool. Und sogar mit Whirlpool. Wobei, ich meine, wenn ich mir einen Privatstrand gönne, kann ich mir auch einen Whirlpool gönnen. Also, okay, schauen wir mal weiter. Hier ist der Emerald State Beach. Mit so einer, wie heißt die nochmal? Bademeisterhütte? Bademeister? Rettungsschwimmer. Rettungsschwimmer. Ah, sieht voll cool aus. Ich bin total hin und weg. Ich hoffe nur, dass diese Welt einigermaßen läuft. Wobei, mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht mehr so ein großes Problem wie damals, als es uns drei noch aktuell war. Ach, in die guten alten Zeiten. Was haben wir hier? Was ist denn das? Newport Marina. Ah ja, okay, das ist so ein Hafen. Dingens. Sehr, sehr cool. Kann man hier auch mit einem Hausboot anlegen dann? Weiß ich gar nicht. Ich glaube fast nicht. So, dann bewegen wir uns ein bisschen weiter stadteinwärts. Und was ich auf jeden Fall sehen möchte, ist natürlich hier dieses Pier. Oh, ist das ein Festgelände? Okay. Ah ja, aber da ist jetzt gar nicht dieses Ferris Wheel, dieses Riesenrad. Das ist ein bisschen schade. Aber es kann sein, dass er das tatsächlich nicht platziert hat. Dass er das nur bei sich platziert hat. Ich weiß es nicht genau. Aber das hätte ich eigentlich schon gern gesehen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr cool gebaut. Vor allem hier mit diesen Elementen aus Showtime. Das ist ja eine geniale Idee. Da wäre ich einfach nicht drauf gekommen. Muss ich mir vielleicht ein bisschen was abschauen. Aber es ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Die sind auch zwei von diesen Toilettenkabinen. Das ist schon mal gut. Ach, und hier kann man so ein Bullenreiten machen. Mir war gar nicht bewusst, dass das ein Spiel ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Kann das auch mit Showtime? Ich glaube schon. Sehr, sehr, sehr cool. Ach, es kann sein, dass hier dieses Ferris Wheel stehen sollte, wo jetzt das Trampolin ist. Wisst ihr was? Ich gucke mal ganz kurz in Kaufmodus, ob ich das finde. Und dann platziere ich das und wir können uns das anschauen. Nach langem Suchen habe ich das Riesenrad jetzt endlich gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig platziert ist. Aber anders hat es nicht hingepasst. Und es ist leider auch nur Deko. Also wenn ihr mich fragt, könnt ihr darauf verzichten, euch das runterzuladen. Aber falls ihr es runterladet und sucht, es befindet sich bei der Beleuchtung. Ich glaube bei den Außenbeleuchtungen. Ja, es ist halt wirklich leider nur Deko. Deswegen, weil sie jetzt nicht ist. Es leuchtet wahrscheinlich schön in der Nacht. Aber ich glaube, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Außerdem, ich glaube, ich habe auf Mod des Sims vor einiger Zeit mal ein tatsächlich nutzbares Riesenrad gesehen. Also würde ich euch eher dann empfehlen, das runterzuladen. Aber es sieht natürlich hübsch aus. Also für die Ästhetik ist es ganz nice eigentlich. So, dann wandern wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch so? Da ist noch ein Wellnesscenter und Buchhandlung. Also hier Bücher und Wellnesscenter findet ihr hier zu Genüge. Da haben wir ein Friedhof. Oh, das ist der hübscheste, einladendste Friedhof, den ich je gesehen habe, glaube ich. Der ist wirklich sehr, sehr hübsch. Überriss. Aber hier sind leider nur Überritze. Keine versteckten Sims. So wie in Midnight Hollow. Oh mein Gott, Midnight Hollow. Okay, wo gehen wir denn jetzt weiter? Da haben wir... Ach, das Gebäude hier oben, wo ich mich vorher gefragt habe, was das ist. Ist ein Museum. Eine Kunstgalerie. Oh, sieht sehr, sehr fancy aus. Sieht sehr, sehr fancy aus. Schauen wir doch mal rein. Oh, schick. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und man hat natürlich einen wahnsinnig schönen Ausblick, vermute ich mal, wenn man hier auf dieser Terrasse draußen steht. Dann kann man einfach hier über die Stadt um das Meer blicken. Das ist schon sehr nice. Das ist schon sehr, sehr nice. Gut, was gucken wir jetzt denn noch an? Hier haben wir noch ein Fitnesscenter. Das Silvers Gym, okay. Ah, sieht cool aus. Sieht von außen schon cool aus. Schauen wir mal rein. Oh, da habt ihr auf jeden Fall viel Platz. Wir haben hier auf dem Erdgeschoss, haben wir hier einen Pool. Dann, okay, hier sind Bänke. Und man kann Leute Pool beobachten. Oder so. Ah ja, okay. Und hier sind dann Trainingsgeräte. Und da oben kann man sich was zu trinken holen. Also hier habt ihr auf jeden Fall genug Platz. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr ankommt und alle Trainingsgeräte schon belegt sind. Das ist immer von Vorteil. Dann haben wir Sportstadium und Veranstaltungscenter. Okidoki. Da ist noch Just-in-Case Insurance Center. Eine Bibliothek. Was haben wir denn hier? Das muss ich mir kurz näher anschauen. Das ist sehr, sehr groß. Oh, ist das selbst gebaut? Das ist ja cool. Ok, schauen wir nochmal. Ups. Oh mein Gott. Wo bin ich? Wo bin ich? Das ist mir jetzt aber tief gefallen. Oh mein Gott. Also navigieren ist nicht so einfach hier gerade. Ähm. Da sind doch gar keine Bücherregale. Warum ist das als Bibliothek gekennzeichnet? Ah ja, okay. Hier sind ein paar Bücherregale. Alles klar. Hier sind zwei Office-Nischen. Ja gut. Also es ist cool gebaut. Aber jetzt als Bibliothek nicht unbedingt so gut nutzbar. So, dann haben wir hier einen kleinen Park. The Mirror Park. Oh, ist der hübsch. Oh mein Gott. Sieht das süß aus. Ich weiß nicht, was mir an diesem Park so gefällt. Wahrscheinlich so wie das hier alles geformt ist und gezeichnet. Das sieht einfach mega hübsch aus. Oh, wunderschön. Wunder, wunderschön. Okay, vielleicht begeben wir uns jetzt mal in einen von den anderen Stadtteilen. Ach. Da sind diese kleinen Hütten und die sind ein Resort. The Grizzly Lake Wilderness Resort. Das klingt ja cool. Also hier sind diese kleinen Resort-Komplex-Hütten. Da ist ein Steg mit Bootsanlegestellen. Und ich nehme an, hier kann man auch angeln. Sind hier Fische? Fischis, Fischis? Keine Fischis. Okay, schade. Ah doch, hier drüben sind welche. Alles klar. Ich pause ihn mal wieder, weil ich gebe mir irgendwie das auf den Keks, wenn ich hier ständig irgendwelche Meldungen bekomme. Das ist ja sehr, sehr nice. Hier gibt es auch Grillstellen. Und hier ist wahrscheinlich dann so die Rezeption. Oh ja, mit zwei Buffets. Sehr, sehr cool. Oh, das ist eine coole Idee. Also hier können eure Sims einen sehr rustikalen Urlaub verbringen. Das hier oben. Grizzly Peak. Da steht nur so ein Trailer rum. Okay. Oh, sehr cool. Ach, hier kann man quasi campen. Oh, mit dem Blick auf diese Brücke da hinten. Das sieht sehr, sehr geil aus. Nicht schlecht. Okay, dann fahren wir vielleicht mal hier rüber in diese ländliche Gegend. Da haben wir auf jeden Fall die zwei Farmen. Wohnt da schon jemand? Garrison. Garrison. Mit einem sehr großen Feld. Und hier haben wir... Ah, okay. Hier wohnt noch keiner. Aber hier habt ihr super viele Obstbäume. Okay. Und dann haben wir da noch ein Pferde... Ein Pferde... Ranch? Trainings? Center? Trainings? Irgendwas? Grundstück? Ähm... Rancho de las Palmas. Okay. Da haben wir ein Nektarium. Hier ist das Pferdereitzentrum. Ein Imbiss, ein Supermarkt. Und The Squeaky Wheel. Eine Kneipe. Muss ich jetzt mal kurz reinschauen. Ach, die hat wahrscheinlich noch nicht aufgenommen. Die wieder aufmachen. Oder ist es... Naja, nee. Es ist 8 Uhr. Keine Chance. Schauen wir mal rein. Oh, wie cool. Ja. Genau so habe ich mir das hier vorgestellt. Ganz genau so. Nicht anders. Was ich auch ein schönes Detail finde, ist, dass die Toiletten so ekelhaft sind. So, das passt richtig hier ins Feeling. Passt einfach in die Umgebung. Ach, und hier gibt es auch so ein Bullenreiter-Dingens. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Doch. Doch. Hier kann man definitiv abends mal herkommen und was trinken. Ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, die Toiletten zu benutzen. Aber ansonsten. Okay. Also, das war diese ländliche Gegend. Hier haben wir noch einen Trailerpark. Ach, und hier wohnt der Haushalt Brown. Ach, Moment. Nee, Moment. Das sind lauter Einzelne. Ah, wie geil. Okay, okay. Also, hier haben wir Doc Brown. Der sieht aus, als wäre er ein bisschen durchgeknallt. Ich habe Angst vor dem. Rennt ganz schnell weg, wenn euch der begegnet. Also, hier wohnt Doc Brown. Hier könntet ihr wohnen. Für 3.987 Simunions. Ja, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Hier so ein bisschen Kunstrasen. Voll cool. Richtig cool gebaut auch. Auch mit dieser Markise. Das ist eine geniale Idee. Okay. Und da drüben haben wir dann, hier kann man noch einziehen. Und hier wohnt der Haushalt Harris. Auch sehr schön. Wo ist denn? Ich habe hier doch gerade ein Sim gesteckt gesehen. Der steht da drin rum mit seinem Cowboy-Hut. Ralph Harris. Oh, er sieht aus, als hätte er irgendwie gerade nicht so einen guten Tag. Und ist sehr haarig. Holy moly. Sehr haarige Arme. Sollen wir noch einen Blick ins Sanitarium werfen oder sollen wir weiterziehen? Ich glaube, ich gucke mich noch ein bisschen weiter um. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Oh, das ist, oh mein Gott, das ist auch ein Resort. Desert Springs Country Club. Dann ist das hier garantiert ein Golfplatz, oder? Ja, das ist doch eindeutig. Hier sind auch so Fähnchen. Sehr, sehr nice. Dann gucken wir uns hier mal Desert Springs Country Club an. Oh, sehr geil. Mmh, sieht das cool aus. Mit Tennisplatz. Schaut euch das mal an. Das ist ja cool. Sehr, sehr, sehr cool. Richtig schöne Poolanlage. Mit Whirlpool. Und jetzt sogar so ein Brunnen-Dings. Moment, so ein Wasserfall. Ha, ist das cool. Cool, cool, cool. Ich bin hin und weg. Okay, dann gucken wir uns doch mal hier das Resort Gebäude selbst an. Wir haben den Eingangsbereich. Der ist auch schon sehr cool gestaltet. Mit lauter Brunnen und Deko und so. Das ist sehr geil. Oh mein Gott. Da ist der Fitnessbereich. Mit Umkleide. Mmh. Das hier weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht so ein Yoga. Ich habe keine Ahnung, was man in diesem Raum macht. Aber irgendwie sieht er entspannend aus. Ich behaupte jetzt mal, da finden Yoga-Kurse statt. Okay, dann eine Etage weiter oben. Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Massageraum. Oder so. Ich weiß nicht. Da könnte man auf jeden Fall diesen Massagetisch sehr gut reinstellen. Auch irgendwie aus irgendeinem Storffset. Ich weiß gerade nicht mehr aus welchem. Billardtisch hier ist dann quasi Essen. Der Buffetraum. Warum steht hier immer so ein Blumenkasten rum? Ist das Absicht oder wurde da was ersetzt? Naja, okay. Und dann... Ach, das war es auch schon. Und man kann hier sogar auf der Terrasse sitzen und essen. Was sind das denn für Blumenkästen? Was sollte hier denn normalerweise stehen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin gerade ein bisschen traurig, dass hier nur diese komischen Blumenkästen rumstehen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber sehr cool. Auch die Außengestaltung hier mit diesen Steinen und diesen... Was sind das denn? Agaven? Keine Ahnung. Sieht saukool aus. Hier ist noch so ein Teich. Sprinkleranlage. Und sehr, sehr geil. Und natürlich der dazugehörige Golfplatz. Eh klar. Sehr, sehr, sehr cool. Okay. Da sind die Copy-and-Paste-Häuser. Können wir auch mal kurz gucken. Aber sind die... Aber die sind cool. Ach, hier wohnt auch jemand. Emma Shepard. Schon nice. Erinnert mich irgendwie... Weiß ich nicht. An so eine Gated-Community. Oder sowas. Auch wenn hier kein Gate ist. Aber... Okay. Was ist das da? Oh, das sieht ja cool aus. Oh, ein Dinosaurier. Wow. Ein T-Rex. Sehr cool. Und da ist ein gruseliges, altes... Spinnenweben-überzogenes Gebäude. Okay, wo war man denn jetzt? Hier ist wieder die ländliche Gegend. Und hier kommt man wieder dann Stadt einwärts. Alles klar. Dann haben wir jetzt schon einen guten Überblick bekommen, würde ich mal behaupten. Ich schaue jetzt mal noch, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich alles, ziemlich alles entdeckt. Okidoki. Dann haben wir vielleicht noch Zeit für ein weiteres Grundstück. Was gucken wir uns denn jetzt noch an? Was gucken wir uns noch an? Was interessiert mich gerade am meisten? Was haben wir denn hier noch in der Lounge? Und... Ach, hier ist das Feierdepartment. Alles klar. Da ist der Verbrecherunterschlupf, das Studiogelände. Also ihr findet hier, glaube ich, wirklich alles, was das Herz begehrt. Mir fällt jetzt nichts ein, was ich hier nicht schon gesehen hätte. Das ist echt sehr cool. Ach, Moment. War ich hier oben schon? Da ist die Schule. Ach, ja genau. Und hier ist dieses Baseballfeld. Oh, wow. Das ist ja genial gebaut mit diesen Tribünen und den Treppen. Wahnsinn. Was für eine coole Idee. Was für eine ultra coole Idee. Sehr cool. Also ich habe keine Ahnung, wie ein Baseballfeld aussehen muss. Aber das sieht für mich schon sehr gut aus. Sehr, sehr, sehr cool. Hier ist ein Quidditchfeld. Sehr cool gebaut. Und hier direkt neben dieser Schule. San Federico Public School stand hier gerade irgendwo, glaube ich. Oh, die haben sogar, boah, die haben sogar ein Schwimmbecken bei ihrer Schule. Das ist ja fancy. Not bad. Und was haben wir hier hinten für ein Gebäude? Sind das Umkleiden oder Duschen oder so? Ach, das ist hier ein Science Lab und hier ein Computerraum. Sehr cool. Sehr, sehr nice. Und hier, die Bremer Stadtmusikanten sind auch am Start. Okay. So, da haben wir noch einen Katzenpark. Müssen wir eigentlich fast noch hin, weil den Hundenpark haben wir uns auch angeschaut. Ah, sehr schön. Ups. Ich werde hier immer ein bisschen abgedriftet. Sieht sehr, sehr schön aus. Wenn es mal wieder lädt. Hallo? Excuse me? Ja, seltsam was. Und hier, oh mein Gott. Das ist ja cool gebaut. Hier ist einfach eine Autobahn. Also, sieht zumindest ungefähr so aus wie eine Autobahn. Sehr cool. Mit vermutlich Terrain Paint. Ne, das ist eine Custom, das ist eine Customstraße. Aha. Nicht schlecht. Auch eine sehr geniale Idee. Eine sehr, sehr geniale Idee. Gut, ich meine, hier ist so, das Terrain Painting ist ein bisschen pixellig hier, so ein bisschen abgehakt, aber trotzdem sehr cool. Na gut. Ich denke, das reicht erstmal für heute. Oh, vielleicht können wir uns noch ganz kurz die Schrift anschauen. Was auch immer sie sagt. Vermutlich Los Andiegos. Das war es erstmal mit der heutigen World Review. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie euch diese Stadt gefällt. Und wenn ihr sie schon ausprobiert habt, wie gut sie bei euch läuft, weil das würde mich sehr, sehr interessieren. Wenn ihr noch weitere Vorschläge für World Reviews habt, dann schreibt sie natürlich mit dem Hashtag WorldWednesday wie immer unten in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen vierten Advent. Genießt die noch verbleibende Zeit bis Weihnachten. Und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.